Die ersten hat die Ukraine nun erhalten. Gepard-Flugabwehrpanzer aus den Beständen der deutschen Industrie. Auch woher die Munition kommt, scheint nun geklärt. 30 Gepard sollen es mal werden, so Hersteller Krausmafei Wegmann. Ich kann Ihnen bestätigen, dass die Auslieferung der Gepard-Flugabwehrkanonenpanzer, die die Ukraine bei uns bestellt hat und deren Export die Bundesregierung genehmigt hat, begonnen hat. Ich kann Ihnen sagen, dass die Bundesregierung den Export von 30 Gepard-Panzern genehmigt hat. Wir halten Wort, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Die Bundesregierung scheint entschlossener als bisher, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen. Gestern meldet man die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern. Heute bestätigt die Regierung, dass das Flugabwehrsystem ihres geliefert wird. Deutschland hat zugesagt, die Ukraine bei der Beschaffung zu unterstützen. Und so wie der Stand jetzt ist, nach den Informationen, die ich jetzt habe, wird die Industrie in der Lage sein, das System bis Ende des Jahres an die Ukraine zu liefern. Nach ZDF-Informationen hat das Wirtschaftsministerium die Produktion von 100 Panzerhaubitzen genehmigt. Auch diese Genehmigung deutet ein neues Tempo bei Waffenlieferungen Deutschlands Richtung Ukraine an. Tschüss. Tschüss. Tschüss.